Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns einem vielleicht etwas obskur anmutenden, aber nichtsdestotrotz wichtigen Thema zuwenden, nämlich der Frage des Gültigkeitsbereichs von Variablen. Wir haben schon gehört, dass Variablen auch im normalen Programm nur an bestimmten Stellen gültig sind. Sie müssen nämlich erst deklariert werden, bevor sie überhaupt existieren, bevor wir also auf sie zugreifen können. Und wir haben auch schon gelernt, dass Variablen, die innerhalb von Blöcken definiert wurden, auch nur in diesen Blöcken gültig sind und außerhalb der Blöcke gar nicht benutzt werden können, also gar nicht existieren. Ähnliches gilt nun auch für Funktionen. Auch bei Funktionen ist es so, dass eine Variable, die innerhalb einer Funktion deklariert wird, auch nur innerhalb dieser Funktion existiert. Wir müssen dabei allerdings zwischen der normalen Art Variablen zu deklarieren unterscheiden, die wir kennengelernt haben, nämlich mit LED und einer Art impliziten Variablen-Deklaration, die über die Parameterliste zustande kommt. In dieser Funktion zu Fahrenheit, die wir hier noch einmal sehen, gibt es nicht nur die Variable temp als lokale Variable, die hier in der ersten Zeile der Funktion mit dem LED davor deklariert wird. Das ist ganz klar eine Variable, die innerhalb dieser Funktion existiert, weil sie ja hier deklariert wird. Aber hier gibt es außerdem noch die Variable Celsius, die in dieser Zeile auf der rechten Seite von dem LED temp gleich verwendet wird. Auch die existiert. Sonst wäre das ja hier auch ein Fehler, da wir dann auf eine nicht deklarierte Variable zugreifen würden. Dass sie existiert, liegt daran, dass sie im Kopf der Funktion als Parameter aufgeführt ist. Parameter sind ebenfalls deklarierte Variablen und, wie im letzten Video schon angesprochen, sind auch direkt initialisiert, weil die Funktion mit einem Parameter aufgerufen wird. Damit steht in der Variablen dann immer bereits ein Wert, sobald die Funktion aufgerufen wird. In einem vorherigen Video habe ich das so vorgestellt, dass im Grunde genommen die Funktion in einer Art Box lebt, in einem Kasten und im Prinzip nichts davon weiß, was sich außerhalb dieses Kastens befindet. Ich habe in dem Video so getan, als würde die Funktion nur diese lokalen Variablen kennen, nur die Variablen, die in ihr selber deklariert worden sind. Entweder, weil sie als Parameter angegeben oder explizit über die Anweisung LED deklariert worden sind. Das stimmt aber tatsächlich nicht. Es gilt schon, wie eben gesagt, dass Parameter immer lokal sind. Und auch, dass innerhalb einer Funktion deklarierte Variablen ebenfalls lokal sind. Tatsächlich aber existieren innerhalb dieser Funktion auch die sogenannten globalen Variablen. Das sind Variablen, die außerhalb der Funktion deklariert worden sind und sozusagen aus der umgebenden Welt implizit ebenfalls zur Verfügung stehen. Allerdings nur teilweise. So steht tatsächlich die Variable f, die wir im Hauptprogramm deklarieren, innerhalb der Funktion zu Fahrenheit zur Verfügung. Wir können sie da im Moment nicht sinnvoll verwenden, so wie das Programm aufgebaut ist, aber es wäre denkbar, dass wir ein anderes Programm hätten, bei dem das sinnvoll sein könnte. Was allerdings innerhalb der Funktion nicht existieren würde, ist die Variable temp aus unserem Hauptprogramm. Denn diese überdecken wir gewissermaßen dadurch, dass wir in der Funktion eine Variable gleichen Namens verwenden. Denn die Variable temp, die wir innerhalb der Funktion lokal definiert haben, heißt zufälligerweise ebenfalls temp. Auf die Variable temp, die außerhalb der Funktion deklariert ist, können wir daher nicht zugreifen, weil sie eben, wie gesagt, verdeckt ist. Die Regel sieht so aus, dass wenn eine Funktion eine Variable verwendet, nachgeguckt wird, ob diese Variable lokal in der Funktion deklariert ist. Sei es, dass sie als Parameter übergeben worden ist oder dass sie per Let deklariert worden ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird nach außen geguckt, ob zufälligerweise außerhalb einer Variable entsprechenden Namens existiert. Und wenn das der Fall ist, dann wird diese Variable von außerhalb, die globale Variable, verwendet. Mit der Variablen f würde das hier also funktionieren. Jetzt nehme ich eine ganz kleine Modifikation an diesem Programm vor und nehme in der Funktion zufahrenheit dort oben in der ersten Zeile das Wort Let vorne weg. Unsere Funktion sieht nun so aus. Wir haben jetzt also stehen temp gleich Celsius mal 9 durch 5 plus 32 und nicht mehr das Let davor. So wird jetzt diese Variable temp nicht mehr in der Funktion deklariert. Trotzdem ist der Programmcode wie eben schon angedeutet korrekt, weil die Funktion nun eben nachguckt. Oh, hier muss ich eine Variable temp verwenden, der ich einen Wert zuweisen soll. Ich kenne aber selber gar keine Variable temp. Dann frage ich doch meine Umgebung, ob die zufälligerweise eine solche Variable kennt. Und das ist hier der Fall. Denn im Hauptprogramm unten steht ja Let temp gleich und so weiter. Dort hat der Benutzer eine Temperatur eingegeben. Wir haben also nach wie vor diesen Kasten um die Funktion. Für den Parameter gilt immer noch, dass er lokal ist. Aber für die in der Funktion verwendete Variable, die hier ja nun nicht in der Funktion deklariert wird, gilt etwas anderes. Die ist nämlich eine globale Variable. Was das für eine Konsequenz hat, was das tatsächlich macht, das gucken wir uns jetzt einmal in live an. Hier sehen wir jetzt das Programm. Ich habe das nur eben gerade von der Folie einmal hier hinüber kopiert. Und das liegt jetzt in einer Dateitemperaturumrechnung 2. Die Dateitemperaturumrechnung war die aus dem letzten Video. Diese Datei laden wir jetzt einmal in den Browser und probieren das aus. Ich gebe eine Temperatur ein und möchte jetzt beispielsweise einmal die Temperatur von 20 Grad Celsius in Fahrenheit umgerechnet haben. 20 mal 9 durch 5 wären 36 plus 32, also 68, was da herauskommen sollte. Dann probieren wir das doch einmal aus. Wir sagen OK und wir bekommen angezeigt, 20 Grad Celsius in 68 Grad Fahrenheit, also korrekt. Jetzt nehme ich aus diesem Programm hier oben einmal das Wort LED heraus. Und wir laden die Datei hier drüben neu. Ich gebe wieder den Wert 20 Grad Celsius ein. Und auf einmal wird uns angezeigt, 68 Grad Celsius sind 68 Grad Fahrenheit. Was ist denn hier passiert? In unserer Funktion hat die Variable temp einen neuen Wert bekommen. Das haben wir hier genau in dieser Zeile gemacht. Das bedeutet, dass sich diese Änderung, die wir hier an der Variable temp vorgenommen haben, nicht auf die lokale Variable bezieht. Denn das ist ja keine lokale Variable, sondern auf die globale Variable, die wir hier haben. Das heißt, die Variable temp hat durch diese Anweisung einen neuen Wert erhalten. Und deshalb steht hier nun die 68. Und das ist durchaus ziemlich verwirrend. Das ist etwas, was wir tunlichst versuchen sollten zu vermeiden. Und deshalb nach Möglichkeit in Funktionen auf globale Variablen verzichten. Außer, wir wissen sehr genau, was wir tun. Was haben wir jetzt gerade also gelernt? Dass in JavaScript und nicht nur in JavaScript, sondern in vielen anderen Programmiersprachen ist das ebenso, unterschieden wird zwischen globalen und lokalen Variablen. Variablen, die im Hauptprogramm deklariert wurden, haben immer globale Gültigkeit. Die gelten überall im gesamten Programm. Sie können allerdings innerhalb von Funktionen überdeckt werden durch Variablen gleichen Namens. Abgesehen davon sind sie ansonsten aber im gesamten Programm verfügbar. Lokale Variablen dagegen sind nur in dem Programmteil verfügbar, in dem sie deklariert wurden. Das heißt, nur innerhalb der Funktion, in diesem Fall, oder innerhalb eines Blocks. Und der direkte Zugriff auf globale Variablen aus einer Funktion heraus kann einigermaßen verwirrend sein und zu Ergebnissen führen, die wir nicht erreichen wollten. Hier kann man recht leicht Fehler machen und muss deshalb sehr genau aufpassen. In der Regel sollten wir daher eben nicht mit globalen Variablen arbeiten. Wir sehen hier rechts noch einmal ein weiteres Beispiel, das ziemlich unsinnige Dinge macht, aber die unterschiedlichen Effekte der Nutzung von lokalen bzw. globalen Variablen gut demonstriert. Hier haben wir eine lokale Variable A, die in der Funktion Hurz verwendet wird. Wir könnten das jetzt einmal durchspielen, aber das überlasse ich euch. Schreibt euch einmal die Variablen auf und guckt, welche Variablen hier nun alle vorkommen, welche innerhalb der Funktion und welche außerhalb definiert sind. Die muss man jetzt also sorgfältig auseinanderhalten. Wir haben also diese Box Hurz und innerhalb der Box haben wir die Variablen x und a und draußen in der weiten Welt, dem Hauptprogramm, haben wir die Variablen a und b. Und da müssen wir aufpassen, dass das a, das wir innerhalb der Funktion Hurz haben, ein anderes a ist als die Variable a, die wir in unserem Hauptprogramm haben, weil in dem Code oben in der Funktion die lokale Variable a mit let deklariert wird. Wenn wir das Programm jetzt laufen lassen, kommt bei alert b, der wird 42, heraus. Alert macht einfach ein kleines Fensterchen auf, so ähnlich wie prompt, aber ohne Eingabemöglichkeit für den Benutzer. Die Verwendung von alert ist immer ein ganz guter Trick, wenn man sich mal eben den Wert einer Variablen angucken möchte. Alert ist natürlich auch wieder einmal eine Funktion, eine Funktion ohne Rückgabewert nebenbei bemerkt. Und wenn wir uns das a ausgeben lassen, dann wird an dieser Stelle 40 ausgegeben. Jetzt machen wir wieder eine ganz kleine Änderung und verwenden statt eines Parameters x einen Parameter namens a. Dann haben wir natürlich keine lokale Variable mehr, die wir deklarieren müssen, denn a ist ja schon der Parameter, darf also nicht erneut deklariert werden. Ein let in der ersten Zeile der Funktion wäre also ein Fehler. a gleich 2 plus a funktioniert also problemlos. Und das Programm macht tatsächlich genau das Gleiche wie eben. Es kommt für 42 für b heraus und 40 kommt für a heraus, weil das a als Parameter ebenfalls eine lokale Variable ist, so wie x eben eine lokale Variable war, weil wir das dort als Parameter übergeben hatten. Jetzt machen wir eine weitere kleine Modifikation. Wir kehren zurück zu dem x als Parameter, aber wir haben jetzt in der ersten Zeile der Funktion vor dem a das let weggelassen. Hier steht nun in der ersten Zeile nur noch a gleich 2. Damit ist dieses a plötzlich eine globale Variable. Und wenn wir das Programm durchspielen, dann ändert sich an dem Wert von b wieder nichts. Aber für a wird jetzt auf einmal 42 ausgegeben. Was wir hier gerade sehen, ist durchaus verwirrend. Das muss man ein paar Mal durchspielen, um das zu verstehen. Vor allem aber ist wichtig, dass ihr bei euren eigenen Programmen darauf achtet, nach Möglichkeit immer nur lokale Variablen zu verwenden und keine globalen Variablen. Werte, die in einer Funktion benötigt werden, sollten nach Möglichkeit entweder als Parameter übergeben oder lokal angelegt werden. Dann haben Änderungen an ihnen nur Auswirkungen innerhalb der Funktion selber. Was ich gerade im letzten Satz gesagt habe, stimmt leider auch nicht so ganz. Warum das nicht so ganz stimmt, werden wir uns im nächsten Video angucken, wo wir nämlich sehen werden, dass es zwei verschiedene Arten der Parameterübergabe gibt. Wer sich also jetzt verwirrt fühlt, der hat durchaus alles recht dazu. Und ich kann versprechen, dass es im nächsten Video dann noch ein kleines bisschen mehr verwirrend wird, weil wir da eine neue Art der Parameterübergabe kennenlernen werden, die unter bestimmten Umständen eintritt und wo Änderungen dann, auch wenn wir nur innerhalb der Funktion mit einem Parameter arbeiten, also mit einer lokalen Variablen, trotzdem Auswirkungen nach draußen haben und sich die Variable im Hauptprogramm bzw. an der aufrufenden Stelle ebenfalls verändert. Das aber gucken wir uns erst im nächsten Video an. Tschüss, bis zu eben diesem.